Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Naked Haul von mir. Wir gehen immer weiter in Richtung Sommer und dementsprechend habe ich heute auch viele schöne sommerliche Kleider für euch. Ich hoffe, dass etwas dabei ist, was euch gut gefällt. Mit Elegance 15 bekommt ihr wie immer 15% Rabatt und viel Spaß. Das ist das erste Kleid, was ich mir dieses Mal ausgesucht habe. Das hat mich erinnert an ein Kleid, das meine Mutter immer getragen hat, als ich früher klein war. Ich finde das richtig süß und das gefällt mir so, so gut. So, das ist Outfit Nummer 2. Ich finde der Rock ist total schön. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut die zwei Sachen wirklich zusammenpassen, weil der Stoff so unterschiedlich ist. Aber der Rock gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Zu dem Oberteil habe ich mir auch noch etwas lässigeres rausgesucht und zwar hier diese Jeans. Gefällt mir auch richtig gut. Ich glaube, es gefällt mir sogar ein Ticken besser. So, was meint ihr? So, und dann habe ich mich nochmal an einem Wickelkleid versucht. Das hat eine ganz tolle Farbe. Dieses Grün finde ich richtig schön. Leider habe ich wie immer das Problem, dass mir die Naked Kleider von der Oberweite halt nicht wirklich gut passen. Ist schade, weil auch mit einem BH unten drunter würde der halt jetzt hier aus, dazwischen rausgucken. Deshalb, ich habe noch leider keine Lösung gefunden, dieses Kleid richtig anziehen zu können. Aber ansonsten ist es sehr schön. So, und hier ist noch das letzte Kleid. Das ist auch richtig hübsch. Ich liebe ja diese Lace-Kleider von Naked. Und das ist bestimmt ein tolles Kleid, was man schön anziehen kann, auch wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist. Finde ich eine ganz tolle Idee. So, ihr Lieben, ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Inspirationen geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächsten Monat wieder dabei seid bei einem neuen Naked Haul. Bis dahin. Tschüss. Stopp, warte kurz, bevor du gehst. Danke, dass du dir mein Video angeschaut hast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mir ein Abo von dir bedeuten würde. Also klick bitte kurz noch auf Abonnieren und am allerbesten noch auf die kleine Glocke nebentran. Dann sehen wir uns ganz bald wieder.